hallo hätte also ok darauf er nimmt wirklich auf gut ja hallo der sie kommt zurück zu einem neuen video seit unendlich langer zeit mal wieder ich weiß das sage ich bei eigentlich jedem video und das hier ist ob es und ich bin auch nicht wirklich an einem meinem pc oder allgemein einem richtig guten pc oder so sondern an dem tablet was sich zur verfügung gestellt hat für die zeit in der ich jetzt kein pc wieder arbeit ist auch egal und zwar nämlich jetzt seit jahren eigentlich seit jahren aber seit halt ultra langer zeit wieder video auf und ich labern wieder unendlich unnötiges zeug aber was ich sagen wollte ich wollte sagen ja ich lebe noch und so ich würde auch wieder gerne videos machen nur habe ich halt wieder das passiert mir so ziemlich alle paar monate wenn ich youtube machen will kein pc der es mir auch erlaubt sozusagen videos aufzunehmen ich habe jetzt war halt die möglichkeit hier etwas aufzunehmen und zwar habe ich halt die so eine andere version von OBS jetzt gefunden die ist halt ganz cool und damit könnte ich auch vielleicht ein paar videos aufnehmen also wenn ihr halt die etwas geringere videoqualität aushalten könnte bis ich dann halt einen besseren pc habe dann würde ich auf jeden fall wieder gerne videos machen also ich meine ich würde allgemein auch wieder gerne videos machen aber so ist es halt auch ziemlich cool dass ich jetzt allgemein gerade dieses video aufnehmen kann ohne dass das tablet weg schmilzt weil diese version hat so geil ist und ja was soll ich eigentlich mal mit diesem video zu sagen und besteine und schütteln wieso ich glaubt ihr nicht aber